Guten Abend meine Damen und Herren, haben Sie zunächst mal sehr herzlichen Dank, dass Sie einem so exotischen, aus einem Schwellenland kommenden Impuls derartiger Aufmerksamkeit entgegenbringen. Das ist mehr als wir erwartet haben und wir sind alle ein wenig erdrückt von der Würde dieses Hohen Hauses, das mir noch sehr hoch erscheint. Liebe Frau Präsidentin Boris Witt, vielen herzlichen Dank für Ihre einleitenden Worte. Sie haben einiges von dem gesagt, was diesem Buch tatsächlich zugrunde liegt, nämlich eigentlich ein leidenschaftliches Verhältnis zur Demokratie und ein Versuch, so etwas wie den mündigen Bürger, wenn es den denn gibt, die mündige Bürgerin mitten in diesem Parlament zu platzieren. Und zwar nicht unter der journalistischen Perspektive derer, die beobachten müssen, wie sich im Millimeterabstand tägliche Themen generieren lassen und verändern, sondern mit einem Blick auf das, was ewig ist und prinzipiell und weniger aktuell in diesem Parlament. Das ist der Anspruch und das ist vielleicht auch die Legitimation, auch hier aufzutreten. So sehr ich weiß, dass Sie froh sein werden, wenn die Piefkes mal richtig einen überkriegen und das kann ich gut verstehen und ich mache mich gerne zum Schirmherrn dieser Initiative. So sehr, muss ich sagen, ist dies auch Ihre Angelegenheit, weil Sie Ihr Parlament auf verwandte Weise beobachten könnten und weil es hier auch dort, wo Sie die Namen unter Umständen nicht kennen werden. Und ich selber kannte viele von den Namen nicht, die in diesem Buch vorkommen, bevor ich mich in das Parlament setze, dass diese Namen weniger wichtig sind als die Funktionen, in denen sie auftreten oder die Gedanken, für die sie stehen oder die Haltungen, für die sie stehen. Insofern lassen Sie sich nicht irritieren, falls Sie irgendwann irgendetwas namentlich nicht identifizieren können sollten. Die Grundfrage in diesem Buch war nämlich auch die, wer fühlt sich wirklich delegiert, wie spricht man über uns, weiß man von uns, kennen denn die Verwaltungsbeamten und Lehrer und Juristen das, was uns tagtäglich auszeichnet. Wenn ich uns sage, ist das schon eine Vereinnahmung unlauterer Art. Ich habe ein Jahr lang auf der Besuchertribüne des Deutschen Parlaments für Sie gelitten. Ich habe das auch für Sie getan und von diesem Leiden möchte ich Ihnen etwas zurückgeben. Und insofern sollen Sie in den nächsten 90 Minuten zwar etwas über das Deutsche Parlament erfahren, aber eigentlich auch grundsätzlich etwas über den Zustand von Demokratie insgesamt. Und ich muss Ihnen sagen, dass es eine Freude ist, in dieser Anstrengung begleitet zu werden. Auf der einen Seite von, und das ist wie bei einem Flügelaltar, wo die Wahrheit in der Mitte sitzt und Sie gut und böse gleichermaßen verteilt finden, das ist in parlamentarischen Häusern auch so, dass sich das nach Flügeln organisiert. Sie haben also auf der einen Seite eine Frau, die mir vor 40 Jahren bei einem Vorlesewettbewerb in Grinzing aufgefallen ist und die seitdem zum festen Ensemble dieser Tour gehört, die im März begonnen hat. Und auf der anderen Seite ein Mann, der den Kulturraum von Bremen, eine Stammeskultur, die im Norden Deutschlands ein weitestgehend toleriertes Dasein führt, im Luftraum durch Radioveranstaltungen kontaminiert, die Menschen dazu bringen, erst um 8 Uhr aufzustehen, weil dann die Sendezeit erschöpft ist und Sie nicht auch noch hören müssen, was er sagt. Also, das ist Annette Schiedeck und das ist Jens-Uwe Krause. Applaus Applaus Ja, warte bitte noch, bis ich fertig bin. Das ist ein kühner Regieeinfall von ihm, an der Stelle, wo wir seine beiden Hände brauchen. Oh, danke, das sollte für mich sein. Das sollte für mich sein. Ja, das ist mehr Caritas, als ich von dir gewohnt bin. Ich hab's gleich. So, Sie werden gleich sehen, wozu er seine Hände braucht, alle beiden. Dann geht's nämlich los. 31.12.2012 Neujahrsansprache Da sitzen wir einander gegenüber, nur wir beide, Sie und ich, getrennt durch eine Glasscheibe. Wir sind so selten auf diese Weise für uns. Unsere Blicke treffen sich nie. Und manchmal, wenn ich sie irgendwo sehe, frage ich mich, ob sie von mir weiß und in meinen, ob wir eine Rolle spielen in ihren Überlegungen, wenn sie Sorge sagt oder Verantwortung. Ich suche in ihrem Gesicht, in ihren Gesten, die sie so gerne im Scharnier der Raute einrasten lässt. Wer wollte sie sein, als sie sich für den heutigen Anlass für diese futuristische Silberwäste entschied? Steif und fern, wie sie da sitzt, wirkt sie nicht. Dazu müsste sie mir dringend etwas sagen. Eine Mediengesellschaft sollen wir sein? Wählen Leute mit dem Privileg, zum Volk zu reden, und dann reden sie so? Vielleicht ist dies eher ein Schweigen durchreden, denn wer an der Macht nicht auffällt und sich mit dem Volk auf Gemeinplätzen verabredet, kann immer weiter herrschen. In früheren Jahrhunderten hat man gepredigt, Mensch werde wesentlich. Der Kanzlerin sagte man, Wesen werde menschlich. Und so darf sie mir heute persönlich kommen, matriarchalisch. Die Goudre, den Trümmerfrau Oberärzt, den Hüterin des Schutzmantels. Sie sitzt neben einem Gebinde, das an Begräbnisse erinnert, frankiert von einem Flaggenensemble für Deutschland und Europa, also zwischen Emblemen und Mythen. Jetzt erzählt sie die Geschichte vom verhinderten Schulabbrecher, vom Zusammenhalt, von Freunden und Nachbarn, von Familien, die sich Tag für Tag an ihre Kinder und Angehörigen kümmern. Doch dies sind sämtlich Dinge, die sie aus freien Stücken tun und nicht, weil die Regierung ihnen diese Freiheit schenkte. Sie erzählt von Gewerkschaftern und Unternehmern, die gemeinsam für die Sicherheit der Arbeitsplätze arbeiten. Aber nicht dafür arbeiten sie, sondern für Geld. Sie lobt, wie wir alle beitragen, unsere Gesellschaft menschlich und erfolgreich zu machen. Aber das tun wir nicht, denn das Erfolgreiche und das Menschliche, sie sind nur in Sonntagsreden und in Neujahrsansprachen versöhnt. In der Welt drumherum heißt es eher, entscheiden sie sich, was sie sein wollen, menschlich oder erfolgreich. Die Kanzlerin aber weiß, was wir hören wollen. Spricht deshalb von der sicheren Zukunft, an die ich nicht glauben kann, von dem kleinen medizinischen Wunder der mitwachsenden Herzklappenprothese bei einer jungen Frau, woran ich durchaus glauben kann. Doch ist dies ein Beispiel mit Kalkül und das schmeckt vor. An der Rührung hängt ein Preisschild. Als im afghanischen Kunduz nach einer von Deutschen verantworteten Bombardierung 142 Menschen, darunter viele Kinder, starben, die weitaus größte Opferzahl in der Geschichte der Bundeswehr, hatte Angela Merkel gesagt, Wenn es zivile Opfer gegeben haben sollte, dann werde ich das natürlich zutiefst bedauern. Das konjunktivische Mitleid. Wenn tot, dann traurig. Wenn traurig, dann zutiefst. Und wenn zutiefst, dann natürlich. Jetzt also stattdessen das Wunder von der mitwachsenden Herzklappenprothese und Gottes Segen. Dann geht die Kanzlerin wieder ihren Geschäften nach und ich bleibe zurück. Was war das? Warum war das? Die Neujahrsansprache hat keine Funktion. Sie ist die Manifestation ritueller Zwecklosigkeit im interesselosen Raum. Es ist ein ordinärer Impuls, sich von der Kanzlerin, ihrem Gefühlshaushalt, ihrer Erscheinung, sich von der Volksvertretung insgesamt nicht vertreten zu fühlen. Es ist der billigst zu habende Dünkel, sich als das Individuum zu verstehen, das im Kollektiv nicht aufgeht. Was ich aber über meine Wahrung meiner Interessen im Parlament weiß, beziehe ich aus den sekundären Quellen des Nachrichtenjournalismus. Ich unterstelle ihnen eigene Absichten, eigene Interessen, unterstelle mich aber trotzdem ihrer Autorität. Welche Autorität aber besitzt das Entscheidungszentrum der Demokratie, wenn ich versuche, es mit eigenen Augen zu sehen? Das, meine Damen und Herren, war der Ausgangspunkt für diese Unternehmung. Also einfach der Versuch zu fragen, wo dieser kostbare Rohstoffleidenschaft im Parlament sichtbar wird. Wer fühlt sich delegiert? Wer weiß von uns? Wer tritt mit Überzeugung auf und in welcher Rhetorik geschieht dies? Die internationale Grüne Woche beginnt. Zum Auftakt sieht man die Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner im Fernsehen öffentlich essen. Minister müssen zum Beweis der Basisnähe immer wieder mit den Requisiten ihrer Ressorts abgebildet werden. Die Verbraucherschutzministerin schützt also die Verbraucher durch das Trinken von Bier, das Verzehren von Wurst. Ja, es ist insgesamt gut, wenn die Verbraucherschutzministerin wurstaffin aussieht. Der Verteidigungsminister sitzt im Panzer. Der Umweltminister sucht mit der Grubenlampe ein Endlager. Der Verkehrsminister schwenkt eine Eisenbahnerkelle. Der Außenminister kann sich wenigstens noch mit Afrikanern in bunten Hemden zeigen. Nur der Wirtschafts- und der Finanzminister, die haben nichts. Ilse Aigner also wird in den nächsten Tagen wieder speisen und zechen müssen. Und ihre Vorgängerin im Amt sieht man sie attackieren mit Hinweisen auf Dioxineier, Keime im Schweinemett und Antibiotika im Geflügelfleisch. Das muss ein Ritual sein. Denn seit Künast 2005 aus dem Ministeramt Schied sind mit Horst Seehofer und Ilse Aigner acht Jahre CSU über den Verbraucherschutz gekommen und viele Papiere. Im letzten Jahr war es eine Charta für die Landwirtschaft, die keinen der jüngsten Lebensmittelskandale verhindern konnte. Stattdessen, so Künast, seien CDU und CSU Erfüllungsgehilfen der Agrarindustrie, der Großmastanlagen und der Megaschlachthöfe. Selbst für die Mitfinanzierung weißrussischer und ukrainischer Hühnerknäste seien sie verantwortlich, also für die Stärkung der ausländischen Konkurrenz mit deutschem Steuergeld. Man könnte dies angesichts der Fließeigenschaften internationaler Finanzströme als einen Teil der Globalisierung ansehen. Den CDU-Abgeordneten Norbert Schindler aber inspiriert es zu dem Zwischenruf, Sie haben doch die Globalisierung vorbereitet! So wie sie da steht, klein, konzentriert und empört, traut man das Renate Künast gar nicht zu. Und man erfährt auch nicht, wie sie es geschafft haben soll. In Brasilien und Argentinien Tierfutter anzubauen, das mache Deutschland, sagt sie. Vor allen Dingen zum Nahrungsmittelkonkurrenten für arme Menschen. Das heißt, wir produzieren Hunger in Brasilien und Argentinien. Das ist die Wahrheit. Das ist vollkommener Blödsinn, ruft Erik Schweikert, FDP und Künast erwidert vom Pult. Herr Schweikert ruft vollkommener Blödsinn, Herr Schindler winkt gleich ab. Ich weiß nicht, ob das Ihr Verständnis von Parlamentarismus ist. Doch was bliebe vom Parlamentarismus, nehme man Ihnen den Blödsinn und das Abwinken. Ilse Aigner steht schon am Rednerpult, als Volker Kauder noch hineinruft. Die miefige Politik der Grünen, mief, mief, mief. Doch die Ministerin versucht sich auf deeskalierende Weise staatsfraulich und stellt fest. Wir regieren aber nicht nach dem Bauchgefühl. Da braucht Renate Künast nicht lange nachzudenken und ruft. Ich habe gar keinen Bauch. Nein, der Parlamentarismus nimmt hier so wenig Schaden wie der Bauch. Er war schon immer so. Aber dass man vom Menschen manchmal mehr sieht, als diesem Liebsein kann, stimmt auch. Dann erscheint hinter dem Anliegen der um sich selbst kämpfende Mensch am Rande seiner Geistes gegenwacht. So versteigt sich Matthias Mirsch, SPD, schließlich selbst zu dem Aphorismus. Als Sozialdemokratie sagen wir, dass Ernährung ein elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge ist. Wenn man das als Müttergenesungswerk sagte, wäre es genauso unsinnig. Ist doch das Essen zunächst einmal Daseinserhaltung. Vorsorge ist es auch ohne SPD vor allem, wenn man bedenkt, dass auch CDU-Abgeordnete sterben, wenn sie nicht essen. Es gehören zum Parlament aber auch seine Selbstheilungskräfte. Und so sind unter den Abgeordneten die Berufsstände der Lehrer, Juristen und Verwaltungsbeamten zwar dominierend, es gibt aber auch echte Bauern und Veterinäre. So erzählt Hans Michael Goldmann, FDP, vom Landkreis Emsland, dem wildmorastigen Feen, in dem er Kind war. Liebe Freunde, ich bin mit meinem Vater, der Tierarzt war, ich bin ebenfalls Tierarzt, zu Zeiten durchs Emsland gefahren, da die Kühe angekettet waren und deswegen eine große, haarlose Stelle um den Hals hatten. Weil es dunkel war, hatte mein Vater eine Taschenlampe im Mund, um die Nummer auf der Ohrmarke ablesen zu können. Die Hinterbeine der Tiere standen im Dreck und wenn man ihnen zu nahe kam, hauten sie einem mit einem vollgeschissenen Schwanz durchs Gesicht. So waren die Haltungsbedingungen. Auf der Höhe seiner Möglichkeiten ist der Bundestag immer dann, wenn eine Debatte den ganzen Bogen von der Globalisierungsstatistik über die Schweinemettbelastung bis in die Realität der Stelle spannt. Rasant ist, wie die Kenntnis der Materie, die fast alle Debatten auszeichnet, mit der Anschauung so verknüpft wird, dass man plötzlich einen Betrieb, einen Stall, einen Bauern tatsächlich erkennen kann. Und nebenher freut man sich an Epigrammen wie Jedes dritte Schwein in Deutschland verbringt sein Leben in Niedersachsen. Die Stimmung ist inzwischen gereizt, die Oberfläche bewegt von Schaulachen, Gesten des Abwinkens und Fäustereckens. Dann schreitet Friedrich Ostendorf die Grünen zum Pult und hadert. 35 Höfe am Tag machen dicht. Schuld daran ist auch die Selbstauslieferung der Volkspartei CDU an den Bauernverband. Nur wenige Stunden im parlamentarischen Jahr und schon ist damit eigentlich das Thema Lobbyismus auf dem Tisch. Nun ist die Erregung echt. Geht es doch um Wesen und Funktion des Parlaments. Geht es doch auch um die Freiheit der Abgeordneten, um die Beziehung zwischen Gewählten und Nicht-Gewählten. Nur die Letzteren haben keine Legitimationsprobleme. Es gibt Gesetzesvorlagen, die zum guten Teil auf Lobbyvorschläge zurückgehen oder die von Kanzleien oder Agenturen vorformuliert werden. Zum Austausch gibt es parlamentarische Abende, Kulturprogramme, Empfänge, Essen, organisiert von Eventagenturen, geeignet den Parlamentarier durchlässig zu machen für die Interessen derer, die einladen. Und da soll er gleichzeitig noch unabhängig sein? Franz Josef Holzenkamp, CDU, CSU, aber spielt den Ball gleich an die Opposition zurück. Wir haben es satt, dass Sie jedes Jahr zur Internationalen Grünen Woche versuchen, gemeinsam mit Ihnen nahestehenden Lobbyorganisationen einen Skandal zu inszenieren, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Prompt schaltet es von Christian Lange, SPD, zurück. Da spricht doch der größte Lobbyist! Schon diese erste Debatte des Jahres ist ganz unverhüllt im Verweis auf das eigentlich Heimliche, nämlich die Durchsetzung von Interessen, die nicht die des Volkes sind. Unter den 40 Leuten, die in diesem Augenblick die Tribüne verlassen, ist ein Mann mit der T-Shirt-Aufschrift It was all a dream. Die meisten lächeln, als habe man sie beim Verlassen eines Sexshops erwischt. Am Pult der Bundesminister für Wirtschaft. Die ist, sagt er, Stabilitätsanker und Wachstumsmotor. Die Aussichten, die sich mit Rot-Grün verbinden, das sind Zusammenbruch der Währung und Enteignung. Es gibt niemanden, der das glaubt, aber es musste offenbar gesagt werden. Es ist wie die Waschmittelwerbung. Sie kennt Hausfrauen, die es in der Wirklichkeit nicht gibt. Es gäbe sie in der Werbung nicht, wenn sie nicht wirkten. Und wenn ein Politiker Glaubwürdigkeit beansprucht, heißt das ja nicht, dass er sich auch selbst glauben muss. Für die Tribünenzuschauer aber, die in ihrem Leben einmal eine Stunde Live-Parlament bekommen, ist dies eine Enttäuschung. Weil hier die Differenzierung nicht höher ist als im Fernsehen. Hört denn die Talkshow nie auf? Angela Merkel zieht eine rote Tasche mit Henkeln heran, als handele es sich um ein angeleintes Tier. Dann holt sie sich mit einem Nicken Volker Kauder herbei. Die verbreitete Form der konservativen Rede lobt das Leben für seine Tagesform und findet von da eine direkte Verbindung zu den eigenen Verdiensten. Die seltenere ist jene, die die Notlagen bagatellisiert oder veralbert. Diese Rolle fällt heute Martin Lindner, FDP, zu. Armutsgefährdung wird von ihm als polemische Erweiterung des Armutsbegriffs verstanden, wozu CDU, CSU und FDP geschlossen klatschen. Es gibt in Deutschland eine Zunahme an Armutsberichten, aber keine Zunahme an Armut. Es sind diese Momente, diese Sätze, diese Applauswellen, in denen das Parlament aufhört, Volksvertretung zu sein. Wenn wie immer man Armut erklärt, wen immer man für sie verantwortlich macht, sie zu leugnen, verneint die Realität nicht geringer Teile der Bevölkerung und steht im Widerspruch zu dem Gemeinschaftspathos, das sonst so gerne rhetorisch beschworen wird. Man muss diesen Moment einmal isolieren, indem man drei Parteien einem Satz applaudieren sieht, der nur als Verachtung der Wirklichkeit armer Menschen verstanden werden kann und sich der Mehrheit im Plenum erfreut. Es sind diese Momente, in denen man dem Parlament seine Verachtung zurückgeben möchte. Und das meint nicht die geistig unbeschenkte Polemik eines einzelnen Freidemokraten allein, sondern auch den Gesinnungsapplaus der Klacköre. Wir sind stolz auf diese Regierung, sagt ein Abgeordneter gerade. Da er Teil der Regierungskoalition ist, ist er eigentlich stolz auf sich. Und das glaubt man ihm auch. Das Prinzip der Wechselrede ist monoton. Man wird persönlich in der Verletzung, schamlos im Selbstlob. Man sagt, wir unterstützen die Bundesregierung auch darin. Also eigentlich, ich unterstütze mich. Ich bin zufrieden mit mir. Ich bin weitsichtig. Ich habe alles wohl erwogen. Man begreift, dass dieser Apparat sich zunächst einmal selbst ernährt. Seine Egozentrik lässt in manchen Debatten kaum noch einen Raum für die Welt derer auf den Tribünen. Und so hat der Schüler vor mir aus der ganzen Debatte auch nur zwei Worte isoliert und sie in feinster Schreibschrift auf das leere Blatt geschrieben. Hanebüchen ist Fehleranschätzung. Es ist halb sechs. Ich nehme den ICE in Hamburg. Auf dem Bahnsteig begegnet mir Martin Lindner, FDP. Er ist in Begleitung das gegelte Haarschillat. Heute hat er einmal Quatsch reingerufen, einmal albern. Das war's. Gestern hat er gesagt, es gebe in Deutschland eine Zunahme an Armutsberichten, aber keine Zunahme an Armut. Der Gedanke gefiel ihm so gut, dass er ihn sogar wiederholte. In einem ICE begegnet Martin Lindner der Armut nicht. Aber als ich auf dem Bahnsteig sehe, wie sich ihm die Verkäuferin des Obdachlosenmagazins Straßenfeger nähert, ist mir die Situation fast schon zu plakativ, weiß ich doch, was nun folgen wird. Die abwehrende Geste, sich abwendende Person. Hier wenigstens fehlen Reden und Handeln zusammen. Anderen Tags referiert Gregor Gysi vor einem weitgehend schweigenden Haus, wie eine große Koalition aus buchstäblich allen übrigen Parteien im Jahr 2011 Waffenexporte in 125 Länder im Gesamtwert von 10,8 Milliarden Euro genehmigt habe. Die Zahlen bewirken, dass sich die Schüler auf den Tribünen untereinander verständigen, ob sie richtig gehört haben. Im Jahre 2011 gab es bei dem berühmten Bundessicherheitsrat, der ja zu entscheiden hat, ob ein Rüstungsexport genehmigt wird, 17.586 Anträge auf Genehmigung des Exports von Waffen bzw. Rüstungsgütern. Von 17.586 Anträgen wurden 105 abgelehnt. Das sind gut 0,5%. Und dann erklärt die Bundesregierung, man gehe äußerst restriktiv mit Exportzulassungen um. Heute steht Deutschland auf Platz 3 der rüstungsexportierenden Staaten. Aber man kann sich von außen kaum vorstellen, wie schlicht die Argumentation ist, die das legitimiert. Etwa, wenn Joachim Pfeiffer, CDU, CSU sagt, Ich halte dies alles überhaupt nicht für verwerflich. Ganz im Gegenteil. Ich bin stolz auf das, was die 80.000 hochqualifizierten Arbeitskräfte, die in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie in Deutschland unmittelbar beschäftigt sind, zustande bringen. Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Offenbar kann die Rüstungsindustrie nicht mal als das bezeichnet werden, was sie ist, sondern sie zieht Beschönigungen an, die sie zum moralischen Feuer vestibisieren, durch Rennen, Retten, Löschen. Diese Rüstungsexporte tragen nämlich auch zur Friedenssicherung und zum Schutz der Menschenrechte auf dieser Welt bei. Das allerdings ist der Pegelstand parlamentarischer Schamlosigkeit. Dass Rüstungsexporte der Erhaltung der Menschenrechte dienen sollen, bestätigt jeden, der dem Parlament Skrupellosigkeit vorwirft. Gleichzeitig hat die Genehmigung von solchen Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien auch dazu geführt, dass die al-Qaida-nahen Islamisten in der Sahelzone zu einem guten Teil mit deutschen Waffen ausgerüstet werden. Der entlarvenden Debatte stellt sich auch heute kein Mitglied der Bundesregierung. Dann tritt Martin Lindner so vehement für Rüstungsexporte ein, dass eine Abgeordnete der Opposition ein Unfassbar! Entfährt, worauf Lindner erwidert, Wenn der Maßstab der politischen Debatte wäre, was Sie fassen können, dann bräuchten wir gar nicht weiter zu diskutieren. Wenn der Mann Volksvertreter ist, wo ist das Volk, das sich so vertreten lassen möchte? Verfolgt zu haben, wie fünf der sechs Parteien im Deutschen Bundestag Rüstungsexporte selbst in den Nahen Osten, selbst nach Pakistan verteidigen, sich auf humanitäre Absichten, realpolitische Zwänge oder Arbeitsplätze hinausreben und mit welcher Empathielosigkeit das geschieht, das wird auch noch ein Jahr später ein Tiefpunkt aller Debatten sein, die ich im Hohen Haus verfolgte. Das Parlament als Ganzes aber ist ein arbeitsteiliges Gefühlswesen. Es bewegt sich dauernd durch unterschiedliche Empfindlichkeiten. Und so klingt der Tag geradezu plakativ sensibel aus, als Stefanie Vogelsang CDU um 21.40 Uhr ein Beispiel für Bürgersinn vorstellt. Es begann mit einer Initiative, die von einem engagierten Ehepaar, das oben auf der Tribüne Platz genommen hat, ergriffen wurde. Dieses Ehepaar hat eine Petition des Inhalts eingereicht, dass in Zukunft juristisch diejenigen, die mit einem Gewicht von unter 500 Gramm bei der Tod zur Welt kommen, als Menschen, als Personen behandelt werden und nicht mehr als Sache oder gar als Klinik mögen. Der Applaus ist allgemein. Die Eintragung von sogenannten Sternenkindern im Personenstandsregister ist wichtig für die Betroffenen. Sie können nun auf den Standesämtern eine Bescheinigung erhalten, in der nicht von einer Fehlgeburt die Rede ist, sondern das Kind einen Namen trägt und als zur Familie gehörig erklärt wird. Der Vorgang beweist, wie unmittelbar der Niederschlag sein kann, den Bürgerbeteiligung im Parlament findet. Er beweist aber auch, wie unterschiedlich die Temperaturgrade mitunter sind, mit denen das Parlament das nackte Leben begleitet. Mal wie Schwund, wo es um das Töten durch deutsche Waffentechnik geht, mal wie ein Sakrament, wo es die Achtung des nicht lebensfähigen Lebens betrifft. Als die Debatten für heute geschlossen werden, haben wir uns außerdem mit dem Fachkräftemangel, mit dem Essen an Ganztagsschulen, mit dem Kita-Ausbau, mit der Betreuung psychisch Kranker, mit dem Bürgerkrieg in Kolumbien, mit der Legalisierung von Cannabis beschäftigt. Da ist es 22.43 Uhr und mein Kopf schwirrt vom Tagesausstoß alles dessen, was wir brauchen. Was wir brauchen sind gutes Essen, Vielfalt, ein hoher Bioanteil, regionale Produkte für alle Kinder. Wir brauchen ein Umweltmonitoring. Wir brauchen einen vorsorgenden Gewässerschutz. Wir brauchen einen fächerübergreifenden Ansatz. Wir brauchen dringend eine Verbesserung. Wir brauchen ein Sofortprogramm. Wir brauchen eine Zwangsbehandlung. Wir brauchen eine individuelle Berufswegeplanung. Ein gutes Bildungssystem und einen modernen Sozialstaat. Mehr Mittel für die Bildung. Wir brauchen wesentlich mehr junge Leute. Wir brauchen Ärzte. Wir brauchen Ingenieure. Wir brauchen Lehrer. Wir brauchen längeres gemeinsames Lernen. Wir brauchen die besten Köpfe und Hände. Wir brauchen alle klugen Köpfe. Wir brauchen, meine Damen und Herren, einen klaren Blick auf den Kern dieser Krise. Wir brauchen eine ehrliche Analyse. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Investitionen. Wir brauchen einen soliden Haushalt. Wir brauchen eine aktive Wirtschaftspolitik. Wir brauchen eine vorausschauende Wirtschaftspolitik. Wir brauchen den Politikwechsel in der Wirtschaftspolitik und in der Sozialpolitik. Wir brauchen endlich eine Art Masterplan. Wir brauchen dazu keine SPD. Was wir brauchen, ist eine politische Rahmensetzung. Wir brauchen eine Rechtsgrundlage. Wir brauchen rechtliche Sicherheit. Wir brauchen eine Strategie aller Länder. Wir brauchen eine europäische Abwicklungsbehörde. Wir brauchen endlich konkrete Informationen. Wir brauchen eine verbesserte Versorgung mit Informationen des ganzen Parlaments. Wir brauchen Mindeststandards. Wir brauchen veränderte Mehrheitsverhältnisse. Wir brauchen schleunigst im Wechsel. Wir brauchen eine neue Regierung. Das heißt, wir brauchen ein Sowohl-als-auch-Ich brauche Schlaf. Heute bin ich mal gekommen, um alles zu mögen und mein Parlament wie etwas von mir Erstrittenes zu behandeln. Ja, heute sage ich mal mit Emphase mein Parlament. Doch mögen die Sitze der Opposition auch hart sein. Härter sind die auf der Tribüne. Deshalb musste ich mir ein Kissen mitbringen. Ein Jugendlicher wird am Einlass aufgefordert. Nehmen Sie bitte Ihr Kaugummi raus. Es widerspricht der Würde des Hauses. Aber er wird sich das Haus der Entsorgung des Kaugummis würdig erweisen. In den Saal strömen Parlamentarier. Ilse Aigner trägt jetzt den Pagenkopf, mit dem Michelle Obama gerade ihre Midlife-Crisis erklärte. Wolfgang Schäuble rast in Hochgeschwindigkeit die Rampe runter. Zusammenhelfende ausschlagend, grüßende Schüttelnd. Heute ist das Haus gut besetzt, eine Wichtigkeit liegt in der Luft. Der Geräuschregel steigt, die Fraktionen bleiben unter sich. Die Abgeordneten nehmen Witterung auf. Peer Steinbrück zeigt sich. Es folgt ein selektives Nicken, ausgewähltes Händeschütteln. Die Fotografen entscheiden sich zwischen den Stiefeletten von Sarah Wagenknecht und der Arena, in die nun Angela Merkel trottet. Um 9 Uhr ertönt der Gong zur Vereidigung der neuen Bildungsministerin Johanna Wanka. Vor der Rückwand geschieht das, neben der Deutschlandfahne. Sie trägt ein französisches Pelzkrägelchen, Merkel den üblichen Brustpanzer. Irgendwie ist Wankas Pelzbesatz mit seiner Wirtschaftswundereleganz geradezu ambitioniert, gemessen an den anderen Garderoben. Er ist wie Schleierkraut im Haar. Um 9.09 Uhr ist die Zeremonie schon vorbei. Und die Kanzlerin tritt ans Pult zur Berichterstattung über die Einigung beim europäischen Haushalt. Sie kommt heran wie Hans Meiser im Notruf. Unmittelbar vom Schauplatz des Geschehens. Ihre Jacke ist mimikrigrau und passt sich der Wand hinter dem Rednerpult so exakt an, als löse sie sich in ihrem eigenen Schatten auf. Ähnlich ihre Sprechform. Der bürokratische Deklarationsstil, der die große Geste, das einprägsame Bild, die treffende Metapher meidet. Der Apparat verlautbart. Für fünf Minuten meldet sich kein einziger Zwischenruf. Dann ein einzelnes Wo denn? Die Rede der Kanzlerin braucht Begriffe wie Augenmaß oder Spielräume, so wie sie Vokale braucht. Sie klimpern so vor sich hin, ratlos geklatscht. Und Begeisterung brandelt am ehesten auf, wo sich die Kanzlerin der politischen Folklore zuwendet und sagt, Schließlich haben wir erreicht, dass darauf hingewiesen wird, dass es notwendig ist, insbesondere für die ostbayerischen Landkreise entlang der tschechischen Grenze Beihilferegelungen anzustreben, die die Brüche zwischen der tschechischen Republik und Bayern nicht zu groß werden lassen. Die Koalition beklatscht das Ungetüm des Satzes, ungeachtet seiner Aussage, dass nämlich erreicht wurde, dass man hingewiesen hat, dass angestrebt werden solle. Aber Bayern kam vor. Das reicht im genügsamen Klatscher. Und so setzt die Kanzlerin nach. Die Gegebenheiten sind unterschiedlich und man muss an alles denken. Das klingt nach der Sorge der guten Hausfrau. Und so bricht sich denn die Begeisterung bei Abgeordneten von CDU, CSU und FDP so ungehemmt waren, dass Merkel mahnt, Meine Damen und Herren, was ich jetzt sage, ist wichtig. Deshalb bitte ich trotz der Freude über die Zukunft der ostbayerischen Landkreise noch einmal um ein klein wenig Konzentration. Sie kämpft sich durch ihre Sache wie eine Person, die den Umgang mit Begriffsstutzigen gewohnt ist. Sie spricht jetzt, als grübe sie sich heraus aus dem europäischen Bergwerk und apportiere noch geblendet vom Tageslicht Termini. Ihre Faust skandiert die Silben der wichtigsten Worte. Denen baut sie gerne einen Sockel aus. Ich darf heute sagen. Oder? Ich sage es ganz unmissverständlich. Oder? Ich kann auch sagen. Oder? Wir müssen sagen. Oder gar? Um es andersherum zu sagen. Gerne auch. Ich sage ganz klar. Wenn nicht. Ich sage in aller Deutlichkeit. Und anschließend? Ich bin fest überzeugt. Mehr noch. Ich bin aus tiefstem Herzen überzeugt. Linguistisch würde man sagen, bei ihr wird der Sprechakt nur bezeichnet nicht durchgeführt. Sie sagt, dass sie sagt, was sie gesagt hat. Und das selbst bei so komplexen Themen wie dem Saarland. Wer sich mit den Details des Saarlands befasst, wird feststellen, dass das Saarland das Saarland ist. Merkel steht auch dafür, politische Anästhesien zu erzeugen. Themen, von denen jeder fragt, warum sie keinen Rang auf der politischen Agenda behaupten, werden von ihr verödet. Das wird beim NSA-Abhörskandal so sein wie bei den ertrunkenen Flüchtlingen vor Lampedusa. Ihr gelingt eine Depolitisierung von existenziellen Themen. Es folgt der Kanzlerkandidat. Das Kolorit seines Einstiegs ist dunkel. Aber auf der Regierungsbank ist jetzt Unruhe. Die Grüppchenbildung will sagen, es lohnt sich nicht. Das Elend ist bloß in der Rede, nicht in der Welt. Und wenn es in der Welt wäre, würde man auch nicht zuhören, weil es das Elend ist, das die Opposition ausbreitet. In Steinbrück's Sermon überschlagen sich jetzt die Begriffe Tiefpunkt, Depression, Rezession, bedrückend und skandalös. Man müsste jeden Einzelnen dieser Begriffe fühlen können, aber tut man das? Steinbrück sagt, er habe Die Verelendungserscheinungen bei meinem jüngsten Besuch in Athen selber erlebt. Kein Detail seiner Rede verrät, dass er den Kürzungspaketen für Griechenland ehemals selbst zugestimmt hat. Und keines verrät, dass er bei seinem Besuch mehr erfahren hat, als die allabendlichen Nachrichten mitteilen. Gerade die jungen Menschen sagen dort, wir haben keine Perspektive mehr. Sie sagen es ihm und mehr sagt er nicht. Wenn er sagt, Frau Merkel, dann ist das schon ein Kampfbegriff. Aber sie kriegt gerade ein Blatt vorgelegt und reagiert auch auf direkte Ansprache nicht. Außerdem schmeckt die Rede nach Papier. So sagt Steinbrück nicht, wir vergessen nicht. Er sagt, unser Gedächtnis ist nicht so schlecht ausgestattet, als dass dies plötzlich aus unserer Wahrnehmung verschwinden würde. Merkel hat einen Fleck am Revier entdeckt, rubbelt. Hebt ihre rote Henkeltasche an, prüft das Display ihres Handys. Kein Blick trifft Steinbrück, der jetzt den Finanzminister anspricht, seine Nachfolger. Verehrter Herr Schäuble, beenden Sie bitte Ihren Schleiertanz mit Blick auf die Fragestellung, wie eine Bankenunion in Europa aussehen soll. Schleiertanz. Es ist nicht die stilvollste Metapher, mit der man einem Mann im Rollstuhl begegnen kann. Merkel schmiegt jetzt die Wange in eine Hand. Sie sieht ihren Konkurrenten immer noch nicht an. Immer heftiger wird der Angriff, immer besser ihre Stimmung. Sie lächelt inzwischen mitleidig. Auch muss sie schon wieder ins Innere ihrer Handtasche das Display überprüfen. Sie sind, Frau Bundeskanzlerin, eine Last-Minute-Kanzlerin, ruft Steinbrück. Ein Prädikat ohne Schrecken. Der Redner kommt zum Schluss. Die SPD ist bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Eine Sensation wäre das Gegenteil. Rainer Brüderle, bleich und angegriffen aussehend, setzt auf kontinuierliche Selbstanfeuerung. Steinbrück wäre da als diplomatische Neutronenbombe bezeichnet, weiß er zu berichten. Er ticke auf volkswirtschaftlich falsch, was er mache, sei ökonomisch falsch, es sei auch politisch falsch, es sei auch politisch falsch, es sei wünscht dir was. Man glaubt das alles so sehr, wie man Heino einer Arie von Rammstein glaubt. Steinbrück war Merkels letzter Finanzminister, Brüderle war auch damals schon Brüderle. Seine Angriffe kommen jetzt persönlicher. Gerade läuft er zu einer Form auf, von der man ahnt, dass er selbst sie groß finden könnte. Immer böser wird er, aber auch immer unverständlicher. Von Marlon Brando sagte ein Kritiker ehemals Ersprecher, als habe er feuchtes Klopapier im Mund. Rainer Brüderle wird stattdessen von Jürgen Trittins Zwischenrufe eilt. Wo sind die Untertitel, wie bei der Heute-Show? Merkel ist inzwischen ins Innere ihrer Tasche zurückgekehrt. Dann geht sie wieder zu von der Leyen, die schallend lacht, während Brüderle die Apokalypse beschwört. Steinbrück befindet sich unter Trommelfeuer, aber er bereitet sich mit Steinmeier, lacht, lacht lauter und demonstrativer. Brüderle, schmal geworden, beschwört die fetten Jahre und endet mit »Packen wir es an!« Er packt ins Leere. Inzwischen hat sich aus der ersten Reihe eine rare Erscheinung gelöst. Sarah Wagenknecht spricht von Merkels wunderbarer Märchenstunde. Merkel geht, Rösler geht, die Regierungsbank lehrt sich. Wagenknecht ist gerade die einzige Person im Hohen Haus mit Silhouette. Doch ist es nicht wahr? Die Banken wurden mit einem Hilfspaket von knapp einer halben Billion Euro gestützt. Nicht sie aber bezahlten am Ende. Die Bürger taten es, vor allem die mit den kleinen und mittleren Einkommen. Sie blickten auf das Parlament, wenn sie noch blicken mochten und fragten sich, wann hat dieses Parlament sich eigentlich zuletzt gegen eine Empfehlung der Regierung ausgesprochen? Nein, so hoch war das Hohen Haus schon lange nicht mehr. Und Wagenknecht insistiert. Das sind die 4,5 Billionen Euro, die die europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür aufgebracht haben, marode Banken zu retten. Das sind gleichzeitig die... 3,2 Milliarden Euro, die die Deutsche Bank im Jahr 2012 an Boni ausgeschüttet hat. Es schwindelt die Zuhörer auf den Tribünen angesichts von Zahlen, die niemand sonst im Parlament nennt. Mit zurückgesetztem rechten Fuß, geradezu mitten im Marschieren, erreicht Wagenknecht's Empörung ihren Höhepunkt. Ihre Politik macht die Demokratie in Europa kaputt. So, sagt sie, ergreift ihr Wasserglas und schreitet zu ihrem Platz in der ersten Reihe, wohlahnend, dass ihre Erscheinung sie nicht minder vereinzelt als ihre Position. In diesem Moment ist das Parlament gerade eine Art Großraumbüro mit angeschlossener Speakerscorner. Jetzt wendet sich Jürgen Trittin der Kanzlerin zu, aber die ist nicht mal zu sehen im Rudel ihrer Gesprächspartner. Sie wollen Dioxin im Hühnerei! Sie taucht auf, ist aber gleich wieder bei ihrem Mobiltelefon. Sie wollen Pferdefleisch in der Lasagne! Trittin lehnt jetzt auf dem Pult wie auf einer Theke. Seine Hand schwebt im Luftraum und setzt von dort Nadelstiche. Sie wollen Antibiotika im Hühnerfleisch subventionieren! Er redet entlang der Widersprüche einer Politik, die unaufgelöst bleiben. Was macht diese Kanzlerin? Sie blättert. Die Situation umfasst das Künstlichste, was es in Kommunikationssituationen geben kann. Zwiesprache mit einer abwesenden Verletzungen ohne Körper, Beleidigungen ohne Adressaten. Eine groß angelegte Debatte hat sich in ihre Niederungen gesenkt. Die Armen, suggeriert man am Pult inzwischen, seien arm doch nur, um der Regierung zu schaden. Und Matthias Zimmer, CDU, erklärt schließlich, die ganze Armutsdebatte werde zu sehr mit Blick auf lediglich materielle Faktoren geführt. Ich stelle mir diesen Abgeordneten vor, der in seinem Wahlkreis eine Hartz-IV-Familie besucht und ihr erklärt, sie sei in ihrer Armut zu sehr auf materielle Werte fixiert. Er sagt auch, Menschen könnten sich durchaus bei genügender materieller Grundausstattung als arm empfinden. Armut kann also auch psychosomatisch sein. Später hat Ilse Aigner noch einen Verbraucherschutz-ABC vorgetragen, das nach rhetorischer Laubsägearbeit klang. Dann hat sie sich anhören müssen, dass Horst Seehofer, dem Lkw-Fahrer, der den Gammelfleisch-Skandal aufgedeckt hat, die Verdienstplakette des Bayerischen Ministeriums überreicht hat, der Fahrer dann aber entlassen wurde und sich das Parlament dem Schutz solcher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer noch widersetzt. Und höre ich recht, dass Volker Kauder, Merkels rechte Hand, diese Forderung ungerügt mit dem Zwischenruf kommentiert, dann führen Sie die Blockwarte wieder ein. Trotzdem richtet gerade ein Regierungsvertreter seinen Vorwurf an die Opposition. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie wollen doch Frau Aigner nicht ernsthaft unterstellen, dass sie sich im Schoß der Industrie wohlfühlt bzw. suhlt. Das kann doch nicht in Ihrem Kopf sein. Jetzt ist es in meinem Kopf. Das Bild einer Ilse Aigner, die sich im Schoß der Wirtschaft wohlfühlt, wenn nicht suhlt. Womit das Bild zumindest viehwirtschaftlich intakt wäre. Die Stimmung im Saal ist hitzig. Als habe man sich aufgerieben, setzt man den abgetretenen Argumenten eine erhöhte Dosis an Beleidigungen zu. In kürzester Zeit hat man sich des Unwissens, der Dummheit, der Dreistigkeit, der Schönfärberei, der Täuschung, der Lüge, der Verlogenheit, des Unsinnens, des Umfallens, der Heuchelei, des Populismus, der ideologischen Borniertheit, des schlechten Charakters bezichtigt. Und dabei sind nicht einmal Stunden vergangen. Es kommt wie Musikberieselung. Ich setze mich außen vor den Plenarsaal auf eine Bank und schaue der Garderogenfrau zu, die die Flaggen auf einem Faltblatt auswendig lernt. Ich erlebe das Parlament ja auch im Zustand dessen, was aus ihm geworden ist. Die immer dort arbeiten, haben die leise Verschiebung ins Rabiate vielleicht gar nicht bemerkt. Manches ist deshalb nur plausibel als die Reproduktion eines lange vergangenen Rituals. So wie die Saaldiener Schwalbenschwänze tragen, weil das Mahl feierlich war, während es heute kostümiert wirkt, aus der Zeit gefallen. Denn wir sind in diesem Ikea-Ambiente eben nicht das englische Unterhaus. Wir sind Demokraten ohne Nimbus und alles andere ist Attrappe. Selbst der christsoziale Schnösel tritt wie ein Kraftmeier auf und möchte donnern. Seine Rede aber gibt nur ein Säuseln her. Es ist, als wollte jeder Emil Solars Jacques Gues noch einmal sprechen, auf den Barrikaden stehen, aber keinen Strafzettel dafür bekommen. Als Thomas de Maizière nach den Grenzen seiner Disziplin gefragt wurde, sagte er, Beim Mensch ärgere dich nicht, lass dich schon mal die Sau raus. Der Biedermann, der so spricht, ist derselbe der Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien verteidigt. Die Entscheidungen sind oft fatal, die Entscheidungsträger nicht selten banal. Das Plenum ist nun sehr voll, entsprechend der Lärm. Selbst mit Mikrofonen setzen sich die Redner kaum mehr durch. Man hört die Akkorde auf der Klaviatur des Widerspruchs. Sie haben es nicht gemacht, als Sie machen es im Bundesrat. Sie machen es in den Ländern anders. Es ist bloß Wahlkampf. Es ist populistisch. Sie haben geschlafen. Sie haben es immer noch nicht verstanden. Und im Gegenzug? Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben Gestaltungsspielraum eröffnet. Wir haben Chancen verbessert. Rahmenbedingungen geschaffen. Unsere Hausaufgaben gemacht. Verantwortung übernommen. Gestaltet. Mit einem Wort. Es waren vier gute Jahre für Deutschland. Aber der Rückenschmerz der Hintern ist durchgesessen. Es ist 21 Uhr. Eine Schülerin schläft auf der Schulter der Nachbarin. Zwei Halbwüchsige haben begonnen, die Rede des CSU-Abgeordneten aus Bayern zu dirigieren. Sonst aber hat die Schulklasse, die hier auch schon nach 22 Uhr hier noch sitzt, auch schon bemerkt, dass man Schülern weit mehr Disziplin abverlangt als Volksvertretern. Nur die Letzteren sehen gerade in der ADHS aus. Der Redner kämpft eben gegen den Satzbau und für die Auenwälder. Allenfalls den letzten Kampf kann er noch gewinnen. Dann geht er und verbeugt sich wie ein Kapellmeister. Das war die Flusspolitik, die die Linken auch mit Blick auf den Klimawandel beantragt haben. Aber was kann flüssen schon Schlimmeres passieren, als in einem Antrag der Linken vorzukommen? Also abgelehnt. Spät ist es geworden. Die Reden zu den Tagesordnungspunkten. Anforderungen an Unfallsanitäter. Zusammenarbeit mit China. Änderungen im Soldatengesetz. Planfeststellungsverfahren bei Großprojekten. Rechte in die Völker stärken. Werden zu Protokoll gegeben. Im Eildurchmarsch zur Beschlussempfehlung finden keine Beratungen mehr statt. Die Handzeichen fliegen hoch. Zwischenrufe bleiben aus. Alles wird unbesprochen. En bloc entschieden. Der Tag war lang. Draußen wachten die Limousinen. Syrische Flüchtlinge nicht im Stich lassen? Abgelehnt. 21 Punkte werden so durchgepeitscht. Zuletzt dankt die Präsidentin denen, die zugegen waren. Bei uns nun ritt durch beinahe jedes Feld der Politik. Die Sitzung ist geschlossen. Ein letzter Seufzer geht durch den Saal. Der Parlamentsassistent kommt heran und sagt höflich, Sie müssten dann jetzt auch diesen Saal freimachen. Die Kamera vor dem Aufzug stöhnt nur ein einziges Wort. Langweilig. Finde ich nicht. Da schweigt sie endgültig. Andern Tags intoniert Sigmar Gabriel am Rednerpult das Lied von der großen Stagnation und attackiert Merkel. Sie haben dreieinhalb Jahre nichts getan, um die Probleme zu lösen. Dann keines der Pilotvorhaben haben Sie in Ihrer Regierungszeit bis heute umgesetzt. Dann. Was haben Sie eigentlich die letzten dreieinhalb Jahre getan? Dann. Und was passiert? Gar nichts passiert. Dann. Sie stehen in Europa auf der Bremse. Dann. Sie verhindern. Sie stoppen. Sie setzen nichts um. Ja. Sie versagen komplett. Die Steigerung ist psychopathologische Anamnese. Was Sie da vorschlagen, ist doch irre. Weil Sie offenbar von allen guten Geistern verlassen sind, wollen Sie das jetzt im Schweinsgalopp durchsetzen. Sie müssen wirklich, Entschuldigung, nicht mehr ganz bei Trost sein. Es war ein anderer Gabriel. Ein Gabriel mit einer Haltbarkeit bis zur Wahl. Und obendrein täuscht er sich im Wähler. In der Parlamentsarbeit mag Stillstand qualvoll sein. Das Volk aber wünscht sich vor allem die Wahrung des Bestehenden. Seine großen Träume sind ausgeträumt. In das rosige Morgengrauen sozialdemokratischer Zukunftshoffnungen wird niemand reiten. Stillstand ist in diesen Zeiten einfach zu gut beleumundet. Anschließend wird Wirtschaftsminister Rösler aufgefordert, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Aber er nimmt nicht einmal den Redner zur Kenntnis. Dann wird er bezichtlich etwas vollmundig gesagt. So haben er trotzt schmollmundig, korrigiert in einem dicken Aktenordner herum. Ja, verflickst nochmal, dann machen Sie Ihren Job. Er steht in Gabriel an. Eben das tut er offenbar gerade. Als er kurz aufsieht, treffen sich ihre Blicke in vollendeter Indifferenz. Es ist mucksmäuschenstill in diesem Blick, geradezu lyrisch. Dann rollt die nächste Angriffswelle. Der Ton des nachfolgenden Redners ist aggressiv und herablassend. Den Beitrag seines Vorredners nennt er einen Unterherschwafeln. Gefaseln. Es ist eine würdelose, eher abschneidende Kraftmeierei. Rösler lehnt sich zurück. Das Licht liegt auf seiner großen metallenen Gürtelschnalle. Da ist die Beleuchtung wieder mal raffinierter als die Rhetorik. Am Pult feiert inzwischen ein Redner der CSU seine Heimat in bayerischer Breite. Es ist eine dieser Reden, denen nun wirklich niemand mehr zuhört. Als er ermahnt wird, zum Ende zu kommen, muss er noch schnell sagen, Wir gestalten die Zukunft. Es kommt wie Schluck auf. Am nächsten Tag gibt Schäuble eine umständliche Erklärung zur Finanzhilfe für Zypern ab. Er spricht als das Orakel, das sich durch badische Färbung humanisiert. Hinter mir beginnen unterdessen zwei Sicherheitsbeamte mit der Diskussion des Mittagessens. Es ist 9.23 Uhr. Sie entscheiden sich für ein Hähnchen mit Chilisauce. 5,90 Euro. Da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Anders gesagt, auch die Wettbewerbsfähigkeit des Kantinengeflügels ist gesichert. Schäuble beziffert unterdessen die Zypern-Milliarden. Seine Stimme aber kann sich in diesem Moment gegen den Lobpreis des Hähnchens kaum durchsetzen. Zypern hat unser aller Anerkennung verdient. Da plattert der Applaus herein wie ein heftiger Regenschauer. Auch klingt sein Entsetzen über eine Jugendarbeitslosigkeit von 30% aufrichtig. Ja, es verdüstert sich sein Gesicht mit Falten über der Nasenwurzel, begleitet von Gesten, die den Raum bearbeiten wie eine Stickerei. Merkel erwacht. Erst amüsiert sie Rösler, doch der ist leicht amüsierbar. Dann schmeißt die Aigner eine Pointe nach hinten, doch die prallt ab. Dann dehnt die Kanzlerin ihre Stimmungsoffensive auf die erste Bank der CDU-Fraktion aus. Diese Regierung verschläft die Zukunft in diesem Land, donnert Frank-Walter Steinmeier gerade. Der Applaus kommt reflexartig. Doch genau besehen, was wird da eigentlich beklatscht? Dass wir unsere Zukunft verpassen? Dass Herr Redner die Regierung blamiert mit einer Floskel? Dass er den Mut hat, diese noch einmal zu bemühen? Der Sicherheitsbeamte hinter mir möchte die Hähnchenfrage neu verhandeln. Gerade vergleicht Gregor Gysi, wie man mit Banken und wie man mit Hartz-IV-Empfängern umgeht. Es stimmt, die Würde der Banken scheint unantastbar. Anschließend teilt Michael Meister CDU dem Plenum mit, dass es Deutschland gut gehe. Dass alle Parteien fänden, dass es Deutschland gut gehe. Dass er selbst es mit sehr großer Zufriedenheit gehört habe, dass Deutschland so gut gehe. Aber Gregor Gysi, müsste er sagen, das ist kommunistische Politik. Sie führt die Menschen in den Abgrund und ins Elend. Er glaubt sich selbst weder die Menschen, noch den Abgrund, noch das Elend. Sagt aber auch, bei der Frage der Gerechtigkeit muss man sehr deutlich die Frage stellen, was ist denn gerecht? Man darf bei der Parlamentsrede genauso deutlich die Frage stellen, was ist denn geredet? Manchmal nämlich sagen Abgeordnete Dinge, die nirgends so unbemerkt blieben wie am Pult des Deutschen Bundestages. So formuliert Peer Steinbrück, ich bin überzeugt, dass Gerechtigkeit nicht nur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von zentraler Bedeutung ist, sondern sich auch für alle rechnet und für alle rechnen muss. Die Gerechtigkeit also, auf der die Verfassung fußt, die wir in der Hymne besingen und die die allgemeine Erklärung der Menschenrechte uneingeschränkt fordert, auch sie soll plötzlich dem Markt unterworfen werden, sich rechnen? Und sollte sie sich nicht rechnen, wird uns dann eines Tages jemand erklären, dass wir sie uns eigentlich gar nicht leisten können? Und wird dieser jemand dann ein sozialdemokratischer Kanzlerkandidat sein? Noch dazu stimmt es ja nicht einmal. In Wirklichkeit funktioniert der gesellschaftliche Zusammenhalt auch ohne Gerechtigkeit. Mehr noch, auf nichts verzichten, lohnabhängige, krankenversicherte, obdachlose, behinderte, werbtätige Frauen so bereitwillig wie auf Gerechtigkeit. Zu fordern aber, dass sich dieser gesellschaftliche Leitwert rechnen müsse, widerspricht den Grundrechten, ist also im Kern verfassungsfeindlich, wenn man es denn mit der Gerechtigkeit und der Verfassung und der Parlamentsrede so ernst nehmen möchte. Der Sommer ist kurzfristig eingetroffen, das Schattenspiel in der Kuppel konturiert wie nie. Als ich meinen Platz eingenommen habe, zermatscht Rainer Brüderle gerade Silbentrauben im Mund. Er eifert. Wir haben im Haushalt die schwarze Null auf den Weg gebracht, erreicht. Das ist zweierlei. Aber Hubertus Heil, SPD, ruft rein. Sie sind die schwarze Null. Ja, so kenne ich mein hohes Haus. Dauernd den Kopf im Himmel der Visionen, aber mit den Füßen im Matsch. Brüderle kennt die Politik der Gegner in drei Formen. Als absolut falsche Politik, als rottenfalsche Politik. Und in der Version, die Bürger werden entscheiden, ob eine vernünftige Politik fortgesetzt wird oder irrer Gulasch gemacht wird. Irrer Gulasch. Ja. In Wien Geschnetzel. Gut, weiter geht es. Die Rede wird semantisch so unaufgeräumt wie klanglich. Die Zwischenrufe der SPD lesen sich später im Protokoll. Und nach Ende der Rede. Hier lauen danach, nach aller Marsch. Und hier wird wirklich über die Gestaltung des sozialen Lebens verhandelt. Wenig später quittiert Volker Kauder die Rede von Hubertus Heil mit dem Zwischenruf. Blödmann. Auch das geht ungerügt durch. Im Plenum rüsten sich die Abgeordneten gerade für die umfassende Debatte zum Thema Kampfdrohnen. Drei Reihen Bundeswehrsoldaten sitzen auf der Pressetribüne unbewegt. Was andere als Lebensraum bezeichnen würden, heißt hier Einsatzsegment. Das macht es den Drohnen leichter. Der CSU-Abgeordnete Florian Hahn ist eben als Pult getreten, als sich von der Publikumstribüne vier Aktivisten erheben, eine unverständliche Parole in den Saal schreien und ihre symbolisch rot gefärbten Handflächen als Protest gegen die Hochrüstung der Bundeswehr und die Kriegspolitik erheben. Ein 20-Sekunden-Protest, den Florian Hahn mit dem Satz kommentiert, Das ist nicht demokratisch, was Sie hier auf der Besuchertribüne tun. Setzen Sie sich bitte hin und folgen Sie einfach der Diskussion. Worauf die Grüne Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt anschließt, Ich bitte Sie, die Besuchertribüne zu verlassen. Aber da haben die Sicherheitskräfte schon zugepackt und die zappelnden Demonstranten aus dem Saal spediert. Es ist in Monaten der einzige Zwischenfall, die erste Situation, bei der der Protest nicht vor der Tür geblieben ist. Und er ist zu schnell vorbei, um von den Fernsehkameras eingefangen zu werden. Eine solche Aktion wäre den Grünen mal sympathisch gewesen. Heute aber werden die Friedensaktivisten von einer grünen Präsidentin des Saals verwiesen und von einem CSU-Mann belehrt, was demokratisch sei. Menschenrechte sind einfach schwerer zu verteidigen als die Hausordnung des Deutschen Bundestags. Am Pult trägt Dorothee Bär, CSU, jetzt die höchsten Schuhe. Zum läufigsten Kleid in Violett. Ihre Stimme färbt der fränkischste Akzent. Als sie sagt, mehr Immigration als wie wir geleistet haben, kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann. Als sich das Ruhrhaus anschließend noch der Verpflegung in Kinder- und Tagesstätten, Schulen und Kindertagesstätten zuwendet, wird es volkstümlich. Mit dem überverpflegten Körper in den Sandaletten tritt die Regierungsvertreterin am Pult auf, als eine pastorale Hüterin der familiären Werte. Die Familien sollen sich morgens für ein gemeinsames Frühstück zusammensetzen. Ich weiß, dass das nicht in jedem Fall möglich ist, aber man kann den Kindern zumindest einen schönen gedeckten Frühstückstisch spiegeln. So, dass sie sich an den Tisch setzen und frühstücken. Die Eltern müssen darauf achten, dass dies auch getan wird. Wenn das nicht möglich ist, kann man auch zusammen Abendbrot essen. Nur essen müssen die Kinder selbst. Das Ganze ist gemeint als ein Plädoyer gegen das freie Schulessen, bleibt aber selbst von den eigenen Leuten weitgehend belächelt. In diesem Debattenteil entstehen Einzelbilder von der Familie beim diskriminierungsfreien Abendessen. Als aber eine CDU-Abgeordnete sagt, beim Belegen der Pausenbrote zeige sich eine tiefe Verunsicherung, wird es Zeit für mich zu gehen, schwer unverunsichert. Heute habe ich mir ein Fernrohr mitgenommen, aber es hilft nichts. Das Öffentliche bleibt das Heimliche. Der Mensch, der jetzt eintritt und sich ein ganzes Bild machen will, staunt über das, was plausible Regeln und ihre Übertretungen aus dem Parlament gemacht haben. Ist dies nicht auch das Leichenschauhaus der parlamentarischen Idee? Oder hänge ich bloß der altmodischen Vorstellung eines Plenums an, in dem sich die Interessen aller wiederfinden sollen, das Mehrheiten organisiert, in großen Perspektiven denkt und entscheidet, also lauter romantischer Kram, dem das reale Parlament sich vielleicht nur noch flüchtig verbunden weiß? Doch kann man tatenlos zusehen, wie es sich selbst beschädigt? Ist das der Gang der Geschichte? Etwas begann barbusig auf den Barrikaden und endet mit Motivkrawatte im Ausschuss? Als ich hereinkomme, freut sich die Schulklasse auf der Tribüne, gerade über die Auskunft mit dem Wortlaut, Wir wollen Verkehr in jeder Form. Wir auch, lachen die Gesichter. Die Tagesordnung verzeichnet heute Punkte von 9 Uhr morgens bis andern Tags 8 Uhr früh. Präsident Norbert Lammert mahnt nur das Dringlichste zu sagen, niemand wird sich daran halten. Parlament kommt von Palare, wenn nicht von Palava. Dann tritt mit Angela Merkel die Direktorin in die Aula und überreicht sich selbst das Zeugnis, das Beste. Zur Bilanz ihrer Amtszeit gähnt der Umweltminister lange mit unbedecktem Mund. Die Kanzlerin legt Nachdruck auf jeden Satz teil. Ich habe darauf hingewiesen, dass schon Jacques Delors darauf hingewiesen hat, dass wir alle viel mehr hinweisen sollten. Sie psychologisiert, nennt was Bankenkrise ist, lieber Vertrauenskrise. Nennt sich selbst erfolgreich klug, beständig, sozial, verlässlich, gerecht, nochmal klug, überzeugt, nochmal sozial, nochmal erfolgreich. Anschließend mahlt sie das Schreckgespenst des Wandels an die Wand, verspricht genauso weiterzumachen wie bisher und nickt dann so freundlich, als habe ihr jemand die Tür aufgehalten. Vor allem eins sollen wir, so weitermachen. Wirklich? Dann packt sie ihre Rede in eine schwarze Mappe, lächelt und erlischt. Es ist nicht Unbeholfenheit, es ist Kalkül. Die Kanzlerin hält Reden fast frei von Ideen, ja selbst von Einfällen. Lieber bewegt sie die Saalluft durch Einatmen, Ausatmen und sabotiert im Grunde das Kommunikationsmodell. Man weiß nicht, wer das Ich in dieser Rede ist, wer das Wir. Man sieht keinen Adressaten, glaubt die Daten nicht immer und selten dem Gefühl. Auch hat die Sprache kein Zuhause im Munde der Kanzlerin. Sie lobt sich unablässig, ist aber nicht eitel, formuliert weitsichtig, aber ohne Bild von der Zukunft, beschwört Gespenster, doch nur strategisch und verschiebt die großen Begriffe wie Freiheit und Sicherheit wie alte Möbel. Wenn sie sagt, ich bin fest überzeugt, weiß man, was jetzt kommt, ist weder fest noch überzeugt. Sie erinnert einfach an die Firmenchefs in der Werbung, die sagen, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Sie hat sich emporgearbeitet zu einer Manifestation politischer Gestaltlosigkeit und eben dadurch ist sie politisch, in einer Zeit, die keine Charaktere, keine Schurden, keine Erlöser sucht. Sondern Sachbearbeiter, morphologisch schwächer, differenzierte Instanzen, die Macht durch Zuschreibung bekommen. Man bewundert an ihnen nicht, was sie sind, sondern was ihnen angetragen wurde. Das ist nicht einmal wirklich dämonisch, es ist banal. Und genau darin nicht einmal erschreckend. Es ist der Triumph der Glanzlosigkeit, also auch der eines Landes, das sich im Pragmatismus feiert. Der ihr am Pult nachfolgende Peer Steinbrück beginnt mit einem Scherz, den man zunächst für verunglückt hält. Fritz Erler habe auf die Regierungserklärung von Ludwig Erhard ehemals sinngemäß geantwortet, Ihre Rede, Herr Bundeskanzler, war sehr reziplikativ. Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten von Bündnis 90 die Grünen, Unruhe. Und daraufhin gab es eine ähnliche Unruhe wie jetzt, weil sich alle fragten, was heißt reziplikativ eigentlich? Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der SPD. Daraufhin sagte Fritz Erler, das heißt gar nichts, das spricht sich nur so schön. Die Pointe kommt also sicher. Auch die Anschlüsse sind gelungen, denn Steinbrück vollendet, wenn man bemerkt, man habe den Eindruck, dass man diese Regierungserklärung schon drei-, viermal gehört hat. Das ist auch der Grund dafür, dass die Hälfte der Regierungsbank absolut überwältigt ist. Allerdings vom Schlafbedürfnis. Und schließlich? Ich habe eigentlich erwartet, dass an irgendeiner Stelle in dieser Regierungserklärung der Satz kommt, eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis in Europa, meine Damen und Herren. So beginnt die erste tatsächlich angriffslustige Rede des Herausforderers im Parlament. Die Begeisterung für den plötzlich animierten Kandidaten schwappt bis in die letzte Reihe. Steinbrück sagt eben, Sie können nicht mit Geld umgehen, Merkel lacht. Wenn Sie in der Wüste regieren würden, würde der Sand knappen. Da sieht sie plötzlich sehr erschöpft aus. Und die Opposition ist mit einem Mal zufrieden mit ihrem Kandidaten. Manchmal reden wir jetzt auf den Fluren. Und, wie sind die Debatten heute? Fragt jemand. Brillant. Wird ihm geantwortet. Die Garderogenfrauen sitzen da mit geschnittenen Apfelstücken auf einer Untertasse. Einmal frage ich eine dieser Frauen, ob sie denn auch etwas zum Mittagessen bekommen habe. Sie erwidert mit unerwarteter Härte. Wir sind doch hier im Mittelalter. Wir kriegen die Küchenabfälle zu fressen. Auf dem Monitor vor der Tür schaue ich mir stumm Ursula von der Leyen an. Man sieht die Brandung der Gegenwehr aus der Opposition in ihrem Gesicht. Es scheint mir regelrecht Spaß zu machen. Sie variiert, ihre Gestik swingt, ihre Schlaghosen stehen wie Sockel. Oben nutzte die ganze Spannweite ihrer Arme. In kurzer Zeit war sie alles. Erzieherin, Pädagogin, Mädchen, Respektsperson, Fräulein, Röschen und dahinter was. Eiskalt. Als ich den Saal wieder betrete, spricht eine blonde Abgeordnete der Linken zur Rentenanpassung Ost-West. Sie ist fast am Ende und sagt mit Blick auf die Wahlen. Wir alle wissen nicht genau, wie es ausgehen wird. Und so weiß auch ich nicht genau, ob ich hier noch einmal sprechen kann. Wann bricht es in Tränen aus? Ich möchte Ihnen und vor allen Dingen auch allen, die zuhören, deshalb sagen, solange ich denken kann, solange mein Herz schlägt, werde ich für Gerechtigkeit in Sachen Renten überleiten kämpfen. Die Lebensleistung Ost muss anerkannt werden. Man nimmt sie in die Arme nach und nach, kommen mehrere Delegierte ihrer Partei und trösten sie. Dann muss sie lachen. Aber die Tränen wischen sie sich noch fünf Minuten später von der Wange, verschränkt ein wenig proletarisch die Arme über der Brust, lacht über einen Fehler des CDU-Redners, muss aber gleich wieder weinen. Wer aufrichtig und berührt ist in der Sache, wirkt hier sympathisch deplatziert. Dabei geht es doch rhetorisch zumindest maßlos und immerzu um die Menschen. Die Menschen warten. Die Menschen sind beunruhigt. Die Menschen gehen auf die Straße. Die Menschen wollen einen Arbeitsvertrag. Wir dürfen die Menschen nicht allein lassen. Dass es uns um die Menschen geht, zeigen die jetzt durchgeführten Prüfungen. Es geht Ihnen gar nicht um die Hilfe für die Menschen. Ich nehme es Ihnen nicht ab, dass es Ihnen um die Menschen geht. Wenn es Ihnen wirklich um die Menschen ginge, würden Sie eine andere Politik machen. Es ist natürlich einfacher, die Menschen hinter die Fichte zu führen. Wie Sie das getan haben. Wir machen konstruktive Politik für die Menschen. Wir erhöhen die Steuern und Belastungen für die Menschen. Das erwarten die Menschen in Deutschland. Wir arbeiten erfolgreich für die Menschen. Glauben Sie mir, die Menschen nehmen Ihnen das nicht ab. Die Menschen sind bei dieser Frage zu rechtssensibel. Die Menschen werden sich selbst ein Bild machen und feststellen, den Menschen geht es gut. Sie vermöhnen die Menschen und das merken auch die Menschen draußen im Lande. Verdummen Sie die Menschen doch nicht. Das mögen die Menschen nicht. Die Menschen, über die wir hier reden, sind nicht dumm. Die Menschen sind unterschiedlich. Die Menschen in Deutschland hoffen deswegen nicht auf eine neue Regierung. Ich glaube, die Menschen spüren, dass diese Regierung vom Volk nicht mehr lange auszuhalten ist. Die Stunde vor Anbruch der Sommerpause. Ein Säugling im geblümten Strampler schreit von der Tribüne einmal in den Raum ein heimeliges Geräusch auf schöne Weise milieufremd. Jemand spricht von der Zukunft. Da zieht das Baby gleich einen Flunsch. Zum Thema berufliche Bildung spricht gerade eine Abgeordnete der Linken, materialreich, angriffslustig, verschwörerisch, mit einer alle Register bearbeitenden Stimme. Einmal sagt sie, das Leben ist schön. Vizepräsident Wolfgang Thierse mahnt, Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Sie tut es, kehrt an ihren Platz zurück und bricht dort stumm zusammen. Jemand beugt sich über sie. Andere eilen herbei, schirmen sie ab. Von mehreren Abgeordneten aus dem Sitz gehoben, wird sie auf der Rampe zum Ausgang zu Boden gelegt. Ein Abgeordneter spendet Mund-zu-Mund-Beatmung. Die Gesichter, die aus dem Kreis um die Liegende auftauchen, sind verstört. Andere tief traurig. Es ist der Einbruch des Ernstfalls ins Parlament. Drastisch wirklich. Man hört Atemgeräusche. Eine Stimme gällt durch den Saal. Aber die Kameras nehmen das jetzt bitte nicht auf. Alle im Saal stehen. Eine Saaldienerin hält ihre Jacke als Sichtschutz vor die Liegenden. Man ruft weiter nach der Ärztin. Die Abgeordneten stehen in Grüppchen. Jemand fächelt Luft. Einige postieren sich dichter im Kreis, um den Tribünen die Sicht zu nehmen. Ein Infusionsgalgen wird herbeigeschoben. Eine Herzdruckmassage verabreicht. Dann fordert Thierse, die Gäste auf den Saal zu verlassen. Das tun sie. Die Schulklassen aber stellen sich oben gleich wieder auf, um weiter zu beobachten. Werden neuerlich vertrieben. Ein Spalier von Ordnern riegelt die Glaswand zum Plenum ab. In ihrer Langeweile entdecken die Schüler das Regal mit den Bundestagsbroschüren. Einer ruft, noch jemand Grundgesetz? Grundgesetz habe ich schon. Immer mehr Abgeordnete verlassen den Saal, meist mit versteinerten Zügen. Die Unterbrechung dauert 25 Minuten. Man denke über das Leben nach in einer solchen Situation, sagt ein Abgeordneter später im Aufzug. Auch über den Umgang miteinander. Das Sonnenlicht lag zuletzt in Flecken auf dem Adler. Das, meine Damen und Herren, war tatsächlich die allerletzte Situation vor der Sommerpause. Es war die Situation, in der viele Abgeordnete eigentlich ihre letzte Sitzung erleben sollten. Es war jene Sitzung, in der sich viele verabschiedet hatten, was dann und wann sehr aufrichtig und gerührt klang. Es war etwas wie der Einbruch des Ernstfalls in dieses Parlament, auch deshalb wichtig, weil dieser Abgeordnete der Linken einen Tag vor ihrem 51. Geburtstag buchstäblich mit den letzten Worten ihrer Rede einen schweren Schlaganfall erleidet, dort mitten in dieses Rund gelegt wird, beatmet werden muss. Und diese ganze Qualität des nackten Lebens, um die es im Parlament dauernd geht, gleich ob es sich um Rüstung handelt, ob es sich um die Vorsorge für alte Menschen handelt, gleich ob es sich um Migranten handelt, immer wieder wird diese Qualität des nackten Lebens im Parlament essentiell und auch eine ganz elementare Weise sichtbar werden. Und plötzlich ist auch dieses Haus nicht mehr gefeit dafür, dass dieses Leben dort zu betrachten ist, auf schauerliche Weise zu betrachten. Und ich kann sagen, dass wir diese Szene in dieses Programm nicht aufgenommen hätten, wenn es der Abgeordneten nach vier Monaten auf der Intensivstation nicht besser ginge, nicht gut genug, als dass sie jemals wieder ins Parlament zurückkehren könnte, aber immerhin gut genug, um zu gesunden oder halbwegs zu gesunden. Es kam die Sommerpause, nach der Sommerpause kamen ein paar Debatten, die hauptsächlich eine Verlängerung des Wahlkampfs waren, dann kam die Wahl, nach der Wahl gab es ein Tauziehen und Ringen um die sogenannte Große Koalition, dann kam die Vereidigung der Kanzlerin, insgesamt waren in diesem Jahresrechts nur noch wenige Ereignisse von historischer Bedeutung und wir versuchen sie für sie knapp zusammenzufassen. Nach der Sommerpause. Der Bundespräsident trifft auf der Tribüne ein, er nimmt unter Vertretern der türkischen Familie Platz, die bei den Anschlägen der NSU, also rechtsextremer Kreise, Angehörige verloren haben. Es ist dies seine Art, das Schuldeingeständnis des Staates mitzutragen, eine symbolische Geste, aber eine gewichtige, zum Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses. Norbert Lammert kritisiert, dass diese Sitzung dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine Übertragung wert gewesen ist und er hat recht, über Stunden übertrug man doch kürzlich lieber die Taufe einer schwedischen Kronprinzessin. Was der Ausschussvorsitzende Sebastian Edati dann von der zurückliegenden Arbeit berichtet, ist parlamentarisch beispiellos. Einigkeit in der Empörung über die Ergebnisse und die bis in die Untersuchungen andauernden Lügen der befragten Ermittler. Einigkeit in jeder Abstimmung, Einigkeit bei einer überparteilichen Arbeit ohne Zwist. Dabei erlaubt sich der Redner keinerlei Beschönigung, berichtet fassungslos von derart massiven Behördenversagen und lässt keinen Raum mehr für eine parteibezogene Ausbeutung des Falles. Die Aufmerksamkeit ist hoch. Edati referiert, dass bei neun von zehn Morden mit Ressentiment, mit Vorurteil ermittelt worden sei. Der Angriff auf den Verfassungsschutz ist frontal, das Schuldeingeständnis für den Staat ehrlich und umfassend, der Applaus dafür stark und anhaltend. Nur Kulturstaatsminister Bernd Neumann trifft mit 20 Minuten Verspätung ein und beginnt gleich, sich nach beiden Seiten zu unterhalten. Von den Tribünen aus, auf denen neben den Angehörigen der türkische und der griechische Botschafter Platz genommen haben, ergibt sich das Bild eines feierlichen Plenums, in dem ein einziger den Geist der Stunde nicht erfasst hat. Dieser ist der Kulturvertreter. Die Reden sind indessen parteiübergreifend gut und beweisen, was das Parlament leisten könnte, würde es weniger strategisch und sachlicher arbeiten. 47 Empfehlungen wurden im Konsens aller Fraktionen vom Ausschuss beschlossen. Dann berichtet Petra Pau von ihren Besuchen an den Tatorten von den Gesprächen mit den Angehörigen der Opfer. Einer von diesen, der seit 40 Jahren in Deutschland lebt, habe eingeräumt gewiss, die Polizei könne Fehler machen. Aber sie haben vergessen, dass wir Menschen sind. Und das kann ich nicht verwenden. Doch schon zeigt das feierlich gestimmte Kollektiv Erosionsprozesse. Die Regierungsbank lehrt sich. Auch heute ist die Tribüne disziplinierter als das Parlament und das zuschauende Publikum mehr bei der Sache als das Plenum. Während am Pult über Staatsversagen und Rechtsterrorismus gesprochen wird, geben mehrere Minister das Bild kompletten Desinteresses ab. Der Bundespräsident sitzt da mit gefalteten Händen, aufmerksam, blickt auf die leeren Plätze von Westerwelle, Rösler, Aigner, auf das Aktenstudium Schröders, die Konversationen Ramsauers, Pofallers und Neumanns. Sie alle sagen, es gibt Wichtigeres. Und wir auf den Tribünen können nicht anders, als uns zu fragen, was die Angehörigen der Ermordeten von diesen Bildern halten. Zeigen Sie doch vor allem die Halbwertzeit der Ergriffenheit an. Die Kanzlerin hat die Arme übereinander geschlagen, abgekämpft. Doch bleibt sie sich der demonstrativen Bedeutung ihrer Anwesenheit bewusst. Serkan Türen, FDP, nennt dies gerade eine Sternstunde des Parlaments und beschließt seine Rede auf Türkisch. Merkel geht anschließend zu ihm und schüttelt ihm die Hand. Auch das eine Geste, so still wie sprechend. Nach der Wahl. Der gern euphorisiert auftretende Alterspräsident Heinz Riesenhuber, Professor Heinz Riesenhuber, eröffnet mit einem Stammdachverwandt der US-amerikanischen Hochzeitsformel. Ist jemand in diesem Haus früher geboren als ich? So rede er oder schweige ewig, ergänzt man. Zum zweiten Mal schon eröffnet er eine Legislaturperiode, in dem er das Plenum auf Daseinsbejahung einschwört. Vor allem die Neuen, die in eine faszinierende Arbeit starten, die vor Herausforderungen komplexester Art stehen. Wir müssen den demografischen Wandel als Chance begreifen. Ja, denkt man nichts auf der Welt, das nicht aus irgendeinem Winkel als Chance begriffen werden kann. Das große Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, der Ausstieg, wird noch beschworen, dann biegt Riesenhuber in die Erwartung ab, dass alle hoffentlich bei hellem Geist sind. Und tollt auf das unbedenkliche Feld der Lebensfreude. Am hellen Geist des Redners kann kein Zweifel sein, an der Funktion seiner Rede schon. Ihre Dramaturgie ist voraussehbar. Aus schierem Optimismus stürzt sie ins Appellative. Das müssen wir verwirklichen. Das Reich der erneuerbaren Energien errichten. Die Gemeinschaft neu erfinden. Er schwört das Parlament ein wie eine Loge, die sich zum Schwur trifft, legt die Linke in die rechte Armbeuge, warbt mit der Hand am Mund, wendet sich an die Bundesratsbank, von wo ihm der hessische Ministerpräsident mit dem Charisma eines Raubfisches zulächelt. Die Werte der Demokratie regnen runter. Da ist keine Silbe, die ohne gestische Untermalung bliebe. Unser Ansehen in der Öffentlichkeit ist noch nicht oberhalb der Bischöfe. Sagt er gerade hinein und hält in das milde Schmunzeln des Saals hinein fest. Es ist gut für Deutschland, wenn die Abgeordneten auch fraktionsübergreifend ein Bier miteinander trinken. Deutschland und Bier, das zündet immer. Dann dankt er noch den Lebenspartnern der Parlamentarier. Denn nicht immer steht man so fröhlich auf, wie man ins Bett gegangen ist. Und damit ist das Plenum endgültig im Ehebett der Riesenhubers angekommen und träumt dort selig vor sich hin. Noch aber bestimmt die NSA-Affäre, also das Abhören des Kanzlerinnen-Handys und anderer Teile der Bevölkerung, die öffentliche Diskussion, nicht die Auftritte der Kanzlerin, die heute endlich ankündigt, aus aktuellem Anlass auch wenige Sätze zu Amerika zu sagen. Das Versprechen hält sie, es werden wenige. Und es werden keine Sätze von der Art Sätze sein, die gesagt werden mussten. Die Vorwürfe sind gravierend, sie müssen aufgeklärt werden. Und wichtiger noch, für die Zukunft muss neues Vertrauen aufgebaut werden. Es braucht keinen Scharfsinn, um zu prognostizieren, die Vorwürfe werden nicht aufgeklärt und dass man Geheimdiensten gegenüber Vertrauen aufbauen könne, wirkt volksverdummend. Man ahnt, wenn die Hose der Kanzlerin Feuer finge, sie würde die Flammen entschieden zurückweisen. Eigentlich pustet die Hüterin der Bürgerrechte bloß auf die Wunde. Nun füge man noch etwas vom Geschmacksverstärker gemeinsam hinzu, tremuliere weiter auf Vertrauen. Und man hinterlässt nichts als den Eindruck, dass die Bundesrepublik der Aussperrung des Kanzlerinnen-Handys nichts entgegenzusetzen hat, also auch nicht der Überwachung des Wolkes, dem zu dienen und von dem sie Schaden abzuwenden, Spor. Dann eilt Volker Kauder mit Feldwebelschritt ans Pult und spricht gleich fließend Merkel. Was da von Amerika ausgehend passiert ist, ist nicht schön. So stellt man sich die Verteidigung unserer Werte vor, für die die Regierung gerade neuerlich gewählt wurde. Angela Merkel wieselt unterdessen in alle Himmelsrichtungen und wirkt, als müsse sie die Stützen ihrer Fraktion im Vorbeifliegen bestäuben. Anschließend hält der Innenminister jene Rede noch einmal, die er zu Edward Snowdens ersten Enthüllungen schon einmal gehalten hat. Redet wieder nicht zum Thema, lieber zur deutschen Datenerhebung in Afghanistan, zum Schutz deutscher Soldaten überhaupt, zur Wertegemeinschaft mit den Amerikanern, einer Gemeinschaft, die durch das Abhören offenbar nicht erschüttert wurde. Verschwörungstheorien nennt er, was längst erwiesen ist, spricht von den angeblichen Dokumenten des US-amerikanischen Staatsbürgers Snowden, vom angeblichen Abhören des Handys der Frau Bundeskanzlerin. Die geht raus, kehrt wieder und das fahre ich wie eine, die keine passende Schlafposition finden kann. In der Sache ahnungslos nennt der Minister das Abhören von Merkels Handy doch noch strafbar und will wen vor Gericht bringen, verurteilen, strafen. Hatte nicht derselbe Minister noch unlängst gesagt, man wolle doch wohl nicht einem der ältesten Geheimdienste vorschreiben, wie er seine Dienste zu kontrollieren habe. Es ist eine Farce. Aber wenn man bedenkt, dass eine Überwachung kaum drastischer ausfallen kann als diese und dass wir eben die Reaktion des verantwortlichen Ministers gehört haben, kann man altmodisch sagen, mit diesem Mann ist kein Staat zu machen. Und die Bundeskanzlerin, um deren Handy es geht, ergreift bloß das Handy, nicht das Wort. Auch Frank-Walter Steinmeier, SPD, beruft sich dann nur noch vage auf gemeinsame Werte, findet, dass die Spionage unter Freunden nicht gehört. Ja, man spricht nicht mit vollem Mund, man lacht nicht auf einer Trauerfeier, man zeigt nicht mit nackten Fingern auf angezogene Leute. Die Tonlage macht aus der Abhörung einen bloßen Fauxpas. Wie hatte die Empörung in dieser Sache noch vor Monaten geklungen, vor dem faulen Frieden namens Große Koalition. Wie überzeugt, wie erschüttert. Inzwischen sind neue Wichtigkeiten eingetroffen und das sollen wir nicht merken. Dazu braucht man nicht abzuhören, zuzuhören reicht. Doch es gibt Menschen, die im Ohr haben, wie Steinmeier der Kanzlerin noch unlängst vorgeworfen hat, sie verletze ihren Amtseid durch Tatenlosigkeit. Es braucht eine einzige Debatte und man erkennt, es geht in dieser kommenden Großen Koalition auch darum, wie viel Glaubwürdigkeit man sich wechselseitig erspart. Die Zonen der Verödung dehnen sich weiter aus. Die Empörungserde werden erstickt. Man macht sich keine Probleme mehr. Aufklärung war versprochen worden. Aufklärung bleibt aus. Ich bin sicher, wir alle miteinander werden die Zeit nicht zurückstellen können. Genau. Stellten wir sie nämlich zurück, kämen wir vielleicht in einer Zeitzone an, als die Empörung der SPD noch echt klang. Alle zusammen werden den Fall schon irgendwie dem Parlamentarischen Kontrollengremium überstellen. Anders gesagt, der Vergessenheit. Sagt ein Oppositioneller, er wolle wissen, welches Handy sonst noch abgehört worden sei, feinst Kauder, ihres. Weist ein Linker darauf hin, dass seine Partei beunruhigt sei, pöbelt Kauder, weil dem Gregor seins abgehört wird. So klingt im Augenblick ihrer Gefährdung der vielbeschworene Respekt vor den Grundrechten des Volkes. Das Parlament wird zum Ort, an dem man den Schießübungen im Pantheon dieser Rechte zusehen kann. Fraglos ist allerdings, dass die Mehrheit des Volkes diese seine Rechte gegen die USA verteidigt wissen will. Fraglos ist auch, dass die Regierung das Volk in dieser Frage mal abwiegelnd, mal höhnend, mal feixend im Stich lässt. Ein harter, klarer Wintertag. Es ist noch dunkel, als ich in Berlin eintreffe. Der Taxifahrer erklärt mir übergangslos, dass heute die Kanzlerin vereidigt werde von diesem Semibigamisten, fügt er hinzu. Und hebt zu einer Verurteilung des Unverheirateten Joachim Gauck an. Das gibt es also auch noch. Saal und Tribün sind heute so dicht besetzt wie nie. Dabei ist nichts zu erwarten als symbolisches Handeln. Was für eine Fügung. Oben als souverän das Volk in stiller Betrachtung seiner Vertreter. Unten der Schwarm der Delegierten, die so manches Rat schlagen. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Es folgt die unbeholfene Umarmung Volker Kauders, die vereinnahmende Horst Seehofers, in der die Kanzlerin kurz ertrinkt, der Kuss Ronald Pofallas. Auch Norbert Lammert reiht sich in die Schlange der Gratulanten, klopft seiner Vorsitzenden Jovial den Oberarm, was sie mit zaghaftem Klopfen seines Oberarms beantwortet. Es hat etwas von der Schüchternheit beim ersten Rendezvous. Manches Gesicht ist bewundernd, dankbar. Manches wird maskenhaft in der Freundlichkeit. Von allen Seiten lassen die Abgeordneten ihr Hände schütteln, mit der Kanzlerin fotografieren. Man kann sich vorstellen, wie die Büroräume aussehen, in denen diese Fotos landen. Die Goldraben, aus denen diese Gesichter starren und die die Glorie der gewonnenen Wahl zitieren werden. Ich und die Kanzlerin, ich und der Sieg, ich und ich. Als Merkel zur Vereidigung unter die Fahne gerufen wird, gibt sie nicht die mächtigste Frau der Welt, sondern eher die leitende Angestellte eines parlamentarischen Instituts. In Situationen des Erfolgs wird sie nicht recht beheimatet. Eher möchte sie all das jetzt schleunigst hinter sich bringen. Ihr Gesamtschwarz, das einzig von einer braunen Kette gebrochen wird, wirkt wie Trauerschwarz. Aber da alle ringsum bemüht sind, die symbolische Wucht des Augenblicks zu begreifen, fügt sie sich, erhebt erst die Hand, dann die Stimme, um sich so dann auf ihrem angestammten Platz mit Blick auf die Projektruinen der nächsten Amtszeit niederzulassen. Da wollte sie hin, da sitzt sie jetzt. Am nächsten Tag verzeichnet das Protokoll zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin das Novum. Beifall bei der CDU, CSU und der SPD. Merkel beginnt mit Selbstlob, unterscheidet zwischen Fortstücken und erheblichen Fortschritten zwischen Erfolg und sehr großem Erfolg zwischen erfolgversprechenden Konzepten und herausragenden Konzepten flankiert von Stabilität und Wachstum und auch Wachstum und Beschäftigung bis hin zu mehr Stabilität und Wachstum und am Ende einem Europa der Stabilität, des Wachstums und natürlich der sozialen Sicherheit. In der Nachfolge erweist sich derjenige Hinterbänkler Nils Annen SPD als linientreu der Partei nicht der Semantik und Grammatik gegenüber. Griechische Suizidfälle findet er tragisch, was sich schicksalhaft erscheinen lässt und Wagenknechs Vorrede ist ihm ein Beitrag zur Debatte, der diesem Hause nicht würdig ist und diesem Dativ auch nicht, möchte man ergänzen, denn warum sollte die Liebe zum Land die Liebe zur deutschen Sprache nicht einschließen? Dann dokumentiert er eine Rhetorik des Durchscheinens, die künftig dafür sorgen wird, dass man die eigentliche Position der Partei hinter der von ihr gerade Mitgetragenen so eben noch erkennen kann. So wenn die neue Familienministerin Manuela Schwesig nun das Betreuungsgeld durchzusetzen hat, das sie im Wahlkampf noch als grundsätzlich falsch bezeichnet und den sie attestiert hatte, viel Schaden anzurichten, der Rest sind Gemeinplätze und Unterwerbungsgesten, die umso peinlicher wirken, wo sie sich auf Trivialitäten beziehen. Frau Bundeskanzlerin, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie deutlich gemacht haben, dass diese Bundesregierung an dem europäischen Integrationskurs festhält. Und gleich herauf? Frau Bundeskanzlerin, Sie haben erwähnt, dass die Logik des Entweder-Oder nicht funktionieren kann. Ich glaube, Sie haben damit recht. Da fällt Angela Merkel gleich Stein für Stein vom Herzen, gleich zweimal gelobt worden von Nils Annen, eine Randschmeiße-Deluxe nach vier Jahren Kampf der Welt und Weltanschauungen und dazu ein paar Grüne, die auch noch mitklatschen. Wer hätte sagen können, dass große Koalition so gut schmecken würde? Auch die Menschen auf den Tribünen, so scheint es, haben inzwischen das Interesse verloren. Sind Sie da oben nicht feierlicher als das Parlament? Sind Sie es nicht, die dem Hohen Haus seine Höhe verleihen und aus dieser Höhe gerade herabsehen auf Ihre Vertreter, die Sie mit dem kostbarsten Ausstatteten, was Sie zu vergeben haben? Volkeswille? Unser Wille? Ich gehe vor die Tür, sehe niemanden, der im Gespräch eine Debatte aufnehme oder fortsetzte. Doch andererseits, was könnte ich denn selbst noch rekapitulieren? In der Vergegenwärtigung wird es konfus. Da fliegen mir die Appelle und Satzbausteine, die Silben und Fülsel um den Kopf, Zahlen, Ausschnitte von Statistiken, die wie Konfetti durch die Luft regnen. Ich kann dieses ganze meinen, bedeuten, simulieren, Vordergrund beanspruchen, bald nicht mehr verfolgen, nicht mehr ertragen. Es ist ein einziger Wirbel von Ausrufezeichen, Signalen, Zeichenkomplexen. Oft kann ich die Person in der Sprache nicht identifizieren, nicht die Haltung der Person hinter den Worten. Es tanzt durch die Luft, dass es einem den Atem nimmt. Man möchte raus auf die Plätze, auf die Bürgersteige, möchte etwas von dem finden, was Menschen wirklich umtreibt, aber ganz ohne parlamentarische Repräsentation ist. Man möchte der Rede entkommen und etwas wirklich Gemeintes, Belastbares, Drängendes hören, etwas dem Palaver Entzogenes, Veränderung Versprechendes. 31.12. Neujahrsansprache. Da sind wir wieder, Sie und ich, einander gegenüber, getrennt durch die Glasscheibe. Wieder liest sie mir vor, nicht live. Zu Neujahr gibt's immer nur Konserve. Es soll ja nicht zuwürdig sein und nicht gegenwärtig, sondern repräsentativ und für die Ewigkeit. Merkels letzte Neujahrsansprache haben sich im ganzen Jahr 2013 auf YouTube insgesamt 5.891 Menschen angesehen. Es ist die Mehrheit der Wenigen. Auch ist der Redetext schon seit gestern bekannt und zu vier Schlagzeilen verdichtet worden. Merkel rumpft Bürger zur Leistungsbereitschaft auf, Merkel lobt Engagement der Bürger. Merkel Doppelbund, es gibt viel zu tun und schließlich, das stellt die anderen drei in den Schatten, Merkel gibt einen ganz persönlichen Vorsatzpreis. Ich reagiere immer stark auf, ganz persönlich, auch bei Schauspielern und Diktatoren. Und gerade die Kanzlerin hat ja gute Erfahrungen gemacht, mit diesem ganz persönlichen, wurde doch im Wahlkampf keine ihrer Aussagen so häufig eingespielt, wie die Antwort auf die Frage, was für sie einen Mann attraktiv mache. Schöne Augen. Hatte sie meinungsstark erwidert und sich damit an Heino und Sachtre versündigt. Heute beantwortet sie die selbstgestellte Frage nach ihrem Vorsatz für das neue Jahr mit frische Luft. Und die Ticker tragen es gleich hinaus in die Welt. Merkel wünscht sich mehr frische Luft. Der Wunsch überträgt sich gleich auf den Zuschauer. Er möchte das Fenster aufreißen in dieser stickigen Gruft mit den Fahnen, den dunklen Tönen, dem schweren Tischmöbel, der drohnenden Frau in Goldmetallik, die auch heute wieder ihre eigene Ökonomie der Zumutbarkeiten organisiert. Schließlich haben die Menschen Probleme genug, will sie sagen, was soll ich ihnen da jetzt auch noch aufbürden. So fallen alle großen, offenen Themen des Jahres unter den Tisch. NSA, NSU, Syrien, Afghanistan, die neue parlamentarische Situation, die Wahl, dagegen behaupten sich Allgemeinplätze zu immateriellen Werten. Vertrauen, Zusammenhalt, Gemeinsinn, Engagement. Da ist sie also wieder, die Hüterin des Großen sowohl als auch. Das Kleine und das Große, das Beglückende und das Erschütternde, das Weltpolitische und das Privatmenschliche, alles rafft sie unter den Mantel ihrer Fürsorge. Wie gut lässt sich da die Welle des Hochwassers mit der Welle der Hilfsbereitschaft synchronisieren. Was unser Land im Kern ausmacht, ist Leistungsbereitschaft, Engagement, Zusammenhalt. Wo kommt jetzt das wieder her? Dass wir das Land des Zusammenhalts sind und halten gegen was zusammen? Fluten, Islamisten, Einwanderer in unsere Sozialsysteme, nach was. Wir wollen kochen und Tatort gucken. Wir sind gut in Selbstbehauptung und Melancholie und engagiert in Nachbarschaftsstreitigkeiten. Was soll daran besonders? Was soll daran Deutsch sein? Nein, man tritt einen Schritt zurück und kann dies bizar finden. Da sitzt diese goldene Dame unter den Fahnen, kriegt fünf Minuten, um zum ganzen Volk zu reden und sagt Dinge wie oft jagt ein Ereignis das andere. Oder? Und natürlich ist fern der großen Schlagzeilen auch in unserem persönlichen Leben viel geschehen. Schönes wie enttäuschendes. Das ist zumindest von einer lähmenden Geisteslehre, weil es offen war, nichts zu sagen, nichts zu wetten gilt. Im Wahlkampf war keine Aussage Merkels wichtiger als der Satz Sie kennen mich. Auf die Neujahrsansprache übertragen heißt das erwarten Sie nichts. So sitzt sie da, nicht beflügelt, nicht beflügelnd. Zuletzt hat mir die Kanzlerin dann noch Gottes Segen gewünscht, dann war das Leben schon weitergezogen mit all seinen schönen und enttäuschenden. Der anschließende Film begann und er hieß Rendezvous wieder will. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus